Guten Abend Leute, ich bin aus den Ringstagen zurück und ich habe eine kleine Frage an euch. Und zwar hätte ich sehr, sehr, sehr gerne mal ein Fragen beantworten, wie die machen. Und darum schreibt es in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Fragen über mich wissen wollt oder über irgendeine Monster High Figur. Oder wie es in den Ringstagen war. Ja, und ja, ich würde mal sagen, ja, wenn ihr eine Frage habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Seid nicht scheu. Und danke für 32 Sekunden. Ich bin, ich überlege noch was, aber vielleicht habt ihr ja auch noch eine ganz tolle Idee, was ich auch noch nicht gemacht habe. Schreibt es auf jeden Fall auch noch in die Kommentare. Und tschüssi, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, liken, bye, bye. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.